Es ist die Späte-Show mit Ali Abad. Heute Abend Filmregisseur Michael Einiger. Und jetzt, live auf Kassette, ist es Ali Abad! Guten Abend, ich bin euer Gastgeber Ali Abad. Heute Abend senden wir live aus Berlin für eine exclusive Interview mit dem Regisseur des konnenden Remakes von Die Nebenlung. Also herzlich willkommen bei Michael Einiger. Was hat dich dazu inspiriert, diese modernisierte Remake von Die Nebenlung zu leiten? Es ist 50 Jahre her, dass diese Geschichte zuletzt gefilmt wurde. Und ich fühlte, dass es Zeit war, ihr neues Leben zu geben. Dies ist eine wichtige Geschichte, die immer wieder erzählt werden muss. Warum hast du beschlossen, die Geschichte zu modernisieren? Ich fühlte, dass diese Geschichte von der heutigen modernen Jugend geschätzt werden sollte. War es schwierig, Schauspieler zu finden, die an einem so unbekannten Projekt arbeiten wollten? Ja, aber ich bin sehr stolz auf die Schauspieler, die wir eingestellt haben. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Jetzt spielen wir den Videoclip. Warum du bist hier? Ich habe Mathleten. Warum bist du hier? Ich möchte sehen, wie mein Freund Fußball spielt. Werden Sie weiter verlieren? Nein, zumindest hat mein Freund ein Leben. Ha, zumindest ist mein Freund intelligent. Mein Freund ist sehr gut, ist dein Freund, ich denke nicht. Ich denke, er ist gut, danke, dass du gefragt hast. Weißt du was? Ich bin besser als du auch. Du machst mich sehr, also bitte sei still. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ich bin intelligent, du bist intelligent nicht. Ich weiß, wie ich mein Leben lieben soll. Ich versuche nur zu helfen. Ich will dein Hilfe nicht. Ich will deine Einstellung nicht. Ich versuche ein guter Freund zu sein. Du warst nie mein Freund. Ich denke anders. Warum bist du so besessen von mir? Ja, richtig. Du bist so schlau. Kann ich du sein? Entschuldigung. Ich bin so gut für dich. Du kannst jetzt gehen. Die Nübelungen werden am 7. und 20. April in den Kinos sein. Danke an Michael Einiger, René Hales und Maria Faria. Wir kommen gleich zurück. Du bist so schlau. Ich bin so gut für dich. Du kannst... Go. Die Nübelungen werden am 7. und 20. April in den Kinos sein. Ich bin so gut für dich. Komplatte... Det. Untertitelung des ZDF, 2020